Willkommen zurück bei Titan Quest. Wir sind immer noch in Chang'an und können uns hier sogar noch ein bisschen umschauen, denn das haben wir nicht alles in der letzten Folge gemacht. Oh, sind da Gegner. Wie lächerlich. Moment, Moment, Moment. Hatte ich jetzt noch gar nicht mit gerechnet. So, Waffe habe ich noch ganz schnell verzaubert. Oh. Ja. Gar nicht so schlecht. Okay, hier oben geht es schon weiter. Das ist gar nicht die Stadt. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Nö, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm wieder. Ah, guck mal hier. Da erst mal den Teleporter klar machen. Edle Waffen, starke Rüstungen, gerade gut genug für die Wache des Kaisers. Schau, was dir gefällt. Weite Reisen. Ja, vielen Dank fürs Anschauen lassen. Aber hat mir leider nichts gefallen. So, jetzt geht doch mal auf. Ah, hoch. Guck, wir sind auch schon wieder Gegner. Okay, kommen die dann überall hier rein und besetzen dann die Stadt oder wie? Genau, wir sollen zum Jadepalast reisen und mit dem gelben Kaiser reden. Wenn ich doch bloß wüsste, wo es zum Jadepalast geht. Also eins der Tore müssen wir auf jeden Fall raus. Wir fangen jetzt einfach mal hier unten mit dem an. Noch mal ein Hakenschwert, ein Grünes. Säbel, Säbel. Oh, ein Erfahrungsschrein. Geil. Akkalan von Shang'an. Verpiss dich, Magier. Hau ab. Hau ab. Da oben ist noch einer. Doch, jetzt hat er mich mitbekommen. Ah, geht rauf. Oh, 2000 Gold schon. Wird ja immer besser. Haben wir denn noch Heiltränke? Ja, 35 plus noch. Nein, nicht looten. Erst looten, dann looten. So, was haben wir hier? Ein Meisterschaftsschrein. Auch gut. Kommt hier noch ein bisschen was? Ja. Was ist das? Nö, da drüben. Da ist noch mehr. Ein wenig verschachtelt. Gebaut, aber ganz okay. Die Musik ist sehr, sehr schön. Zack. Weg da. Wenn das natürlich jetzt der richtige Weg wäre, wäre natürlich der Hammer. Aber da ich jetzt eigentlich gar nicht mehr ausgegeben habe, ich habe gedacht, dass der richtige Weg, dass der hier oben irgendwo rausgeht, aber ich sehe gerade. Na doch, da ist ein Tor, da müsste es rausgehen. Oder halt in den Norden. Schöner Wald, schöner Bambuswald. Bambus kann ja, wie war das, bis zu einem Meter am Tag wachsen? Irgendwie so, oder zwei Meter? Weiß ich nicht. Zwei Meter ist ein bisschen viel, wa? Auf jeden Fall ein ziemlich schnelles Gewächs. Oder Gewüchs. Oh, oder nur? Einst war ich ein mächtiger General, gefangen in der Illusion des Lebens. Dann fiel ich in Ungnade, weil ich es nicht schaffte, die Monster aufzuhalten. Ich beschloss, hierher zu kommen, um über meine Natur nachzudenken, damit ich ihre verstehen kann. Hm, ein General in Ruhe stand. Ich brauchte weder Waffen noch Rüstung. Daher warfe ich alles in eine Höhle, die hier ganz nahe ist. Okay. Hätte er ja mal dranhängen können, weil sein erstes einen kleinen Monolog. Nun denn, ein ganz nahe Höhle. Anscheinend braucht er ja sein Zeug trotzdem wieder, oder? Oder hat er uns das bloß erzählt, damit wir mal nachschauen können, ob für uns noch irgendwas dabei ist? Oh, ein Außenpanzer. Zwei bessere Gesundheitstränke. Ah, ist rein. So, wo ist er denn? Da müsste ja irgendwo kommen, die Höhle. Ich brauche immer noch einen Raptor-Zahn. Da oben sind wieder welche. Die sehen alle aus wie Little Food. Aha, da unten taucht jetzt eine Höhle auf. Kapdor-Zahn. Nein, ihn leider nicht. Oha. Die machen ordentlich Schaden, die großen. Die Hürde war schon hier vorn. Da müssen wir doch hoch. Hier oben scheint der Eingang zu hoch. Das ging sehr schnell. Das ging wirklich schnell, scheiße ey. Ist aber auch wieder weit weg ne. Also in Ägypten hätten wir für den Weg schon wieder drei andere Brunnen gehabt. Warte mal die Abkürzung hier unten hin. Da kann ich... ne. Das ist noch die zweite Höhle hier oben. Scheiße hier komm ich nicht durch. Oh hier sind noch andere und größere. Super, zwei Heiltränke. Okay vielleicht ist es ja diese Höhle. Gar nicht die andere da oben. Oh Zombies und untote. Untote Zombies. Jetzt hat er wieder nicht seine Drehung gemacht. Der hatte die zwar angedeutet und auch irgendeine Animation ausgeführt, aber die Drehung an sich hat er nicht gemacht. Das passiert manchmal wenn ich ganz nah vom Gegner stehe. Eventuell haut Star irgendwas in der Spielmechanik oder so durcheinander. Warte mal. Ne doch. Hey hier geblieben. Feige Ratte. Hehehe. Uh. Nein. Da das Ding einzusammeln habe ich ganz clever einen Energietrank gebraucht. Den ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Das Codex von Hammurabi 6 Intelligenz. Das haben wir schon mal irgendwo hier drüben. So. Das ist aber eine große Höhle sag mal. Oh da ist ein Boss Gegner. Komm schon. Hau den weg. Sinnet Flickenfell. Rattenmensch hält. Gleich nicht mehr. Gleich ist er. Rattenmensch tot. Oh schön. Gründer Stab. Gut. Hier geht es raus aus der Höhle. Wahrscheinlich geht es hier hauptquests technisch weiter oder? Ach ne. Das ist die andere Höhle hier. Muss ich mich gleich wieder umbringen. Alter lass mich weg. Lass mich weg. Das ist auch mein Grab. So erstmal den jetzt. Diesen dreckigen Zauberer. Alter. Mal auf in dem Scheiß. Die brauchen echt bloß einen Schlag ne. Okay. Das ist die andere Höhle. Super. Ah. Gott sei Dank. Dann können wir nochmal zurück. Hier gab es noch einen anderen Weg. Ja gut. Dann kann es ja bloß die Höhle sein. So. Hier nicht mehr. Aber hier oben weiter. Hm. Hier. Hier aber noch ein Weg. Ah. Da oben sind zweimal Hargoni Truhen. Drei sogar. Vier sogar. Drei. Im General im Ruhestand. Okay. Das war es schon. Das hier sind die Truhen von innen. 26.000 Erfahrung bekommen. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Naja. Was zur Hölle ist denn hier hinten verkehrt? Alter. Das. Oder waren das bloß von dem hier. So abziehbildchen. Das waren drei Helden Monster auf einmal. Gott sei Dank haben die nicht viel Schaden gemacht ey. Hätten wir den ganzen Weg nochmal gehen können. Na gut. Weiter. Oh. Ein Dreissack. Schade. Schade. Auch wieder nichts für uns. Oh. Halt. 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 Am Schutz der Lichtung. Verziert sogar noch. Hm. 16 Durchschlag Schaden. 46% Gesundheitsregeneration. Irgendwas mit Geschossen ausweichen. Hm. Nö. Crime von Songkui. Halt. Ich weiß gerade überhaupt nicht wo wir sind. Wir müssen dann nochmal zurück in die Indienstadt. Na fang an. Oder wir kommen hier nochmal auf den Weg hin? Aber es sieht mir jetzt aus als ob es werktechnisch nach oben geht. Wir sollen jetzt mit dem weißen Gipfel und dort den gelben Kaiser finden. Und ein Käffchen trinken. Kaput. Sieht ein bisschen aus wie Uncharted 2 hier. Alles kaputt gehauen. So, hier ist Feierabend, hier vorne ging es weiter. Oh, eine Ornament-Truhe. Okay, na hoffentlich hat es sich gelohnt, dass was schönes in der Ornament-Truhe drin ist. Komm schon. Okay, können wir zurück? Können auch direkt mal ein paar Heiltränke organisieren. Das hier ist doch aber nicht der Jade-Palast, oder? Oder kann ich hier rein? Nee. Nee, nee, nee. Komm, mach nochmal eins. Müssen wir nicht die 5 Meter bis da hoch gehen. So, zurück. Okay, dann hätten wir den einen Weg schon mal erkundet. Und... Bahre Speere, robuste Beinschienen, helles Metall, das wunderbar glänzt. Langes Leben. Tut mir leid, da musstet ihr jetzt durch. Genau, das Rebengewächs wollte ich ja hier rausholen. Das können wir direkt mal hier machen. Ja. Ein Artefakt. Du wirst mehr Gänzchen brauchen. Und eine Formel. Auf Wiedersehen. Zack. So. Hier unten sind wir lang. Was das jetzt hier für Vierecke sind, weiß ich nicht. Warum die da auftauchen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier oben weiter. Halt. Lass mal den Brunnen klar machen, dass wir dann hier raus kommen. Falls ich wieder erwarten hier oben versagen sollte. Das ist übrigens die Tarrakotta-Armee, mit dem wir uns am Anfang der Folge schon angelegt haben. Wir haben ein paar schöne Waffen in der Hand. Vielleicht lassen die da ja mal ein grün für uns fallen oder einen blauen. Bogen, Bogen, Bogen. Oh. Was? Schamschir der Sirene. Was wird das denn sein? Ah, so ein Degen oder sowas. Oh. Halt. Wo kommt denn ihr her? Ho, ho, ho. Der hat es aber weggehauen. Und ein Mahagonetrüchen. Hakenschwert der Eule. Sag mal. Hör mal, wo viele Hakenschwerter hier. So, bin ich jetzt hier beim Jade-Palast? Ne, das ist der Palast von Chang'an. Gut. Bandari. Oh, da ist er weg. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Haut immer wieder ab. Ich glaube, auch schön verlangsamt der Sack. Lass mir hier seine Vorhut abboxen. Okay, er frisst auch ein bisschen Schaden. Da können immer mehr. Das ist aber geil gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das Spiel überrascht mich trotzdem immer wieder. Sehr, sehr fein. Schon. Oh, da ist noch einer. Passende Musik. Fliegt direkt Bock auf chinesische Welten. Ich muss mal kurz hier weg. Das sieht mir nicht so gesund aus, was der da macht. Oh, ne, 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 ne. Hat auch einige Schaden angerichtet. Oh, guck mal da hinten. Aber erstmal müssen wir uns hier durchkämpfen. So, jetzt bist du dran. Boah, Alter. Ho, ho, ho. Der haut aber was raus hier. Bandari. Terracotta. Zauberer. Okay. Oh, nice. Huh. Da ist ja noch einer. Der hätte mich jetzt umhauen müssen. Sehr gut. Bisschen Geld. Oh, da steht jemand. Geist des großen Kaisers. Gut. Reden wir mit dem das nächste Mal. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020